Leute, wer stinkt hier? Sanse, nein! Oh man, ich hatte der Slow, fuck! Aber das schaffen wir nicht mehr. Oder einfach doch! Einfach zu einfach! Aber haben wir fünf? Nee. Nee, wir haben nur ein High gemacht. Ja, aber haben wir nicht ein High, ein Low, ein Low und ein Mix gemacht? Oder haben wir ein Low weniger? Aber stimmt, es sind vier, ich zeig sogar vier hoch! Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Liegen Pins sind es dann, ne? 3mm hat er nicht nur an der Face, ah! Ja, das ist mir. Du hast wahrscheinlich gefragt, wie ich in dieser Situation endete. Oh shit! Äh! 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 Äh, B ist clean. B ist nicht clean, jetzt ist B clean. Aber gut, immerhin macht er Nosecops, das geht ja noch. Bei Nosecops mache ich mit. Oho! Nice car! Jan ist hier so der spooky ghost bei uns. I am the spooky hooky! Weil ich jetzt einfach mal Gretel so in den, in Gretel so in den Arm geschossen. Hallo! Könnte, Schickel, könnte er außer durchgegangen sein? Ja, eigentlich unwahrscheinlich. Oh, wir haben ja die Bombe. Oh, hi Mark! Wir haben ja die... Break! Break hast du geschlafen? Der ist unter Break durchgelaufen! Minipit! Short, Short! Oh Gott! Ich schaff's nicht mehr! Ich schaff's nicht mehr! Ah! Oh mein Gott! BAM! Mit einem HP vor allem! Mit einem HP! Oh Gott, wie ärgerlich! Alter, ihr könnt euch einfach das Huhn da stehen lassen! Gisela, lauf! Koki, lauf! Königer! WUH! WUH! Ah! Scheiße! Aber der... Aaaaah! Puff! Na, platz da einfach! Wie kann man nur so dick sein, wie dieser... War, platz? WUH! Du blät, du kiloli! Pottalogene, Molta Bene! OH! OUH! OUH! Oh, noch einer! Hallo! Ich glaube, er hat nen Vorteil, ich würde da nicht so reingucken. Wie ist das? Die hat fast ihn an! Die weiß! Spreche! Nicht umwerfen! Oh, da ist ne schöne Rabe, die! Hallo! Hier liegt jemand rum hier unten? Sneasel! Ich glaub der Kronlecher ist auf ihn drauf gefallen, ne? Das kann sein, während der Tread halt auch in die Luft gejagten wurde. Glaubst du, das war seine letzte Aktion? Nein! Ich weiß ja nicht, vielleicht war das Minigame bald und dann... Das war deine letzte Aktion! Hahahaha! Ich hätte gern mit euch noch rein gewonnen. Demi spielt schon wieder mit ihm. Demi ist ein Gauner. Hahahaha! Demi, der lag dich noch weg, pass mal auf! Hahahaha! Ich sag's doch, ich sag's doch! Diese... Diese... Ähm... Ich wollte grad Tomate, sag ich! Oh, oh! Hehehe! Hehehe! Tairaautomat! Einfach auch selbst rauslaufen! Okay... Oh, ey! Mitte! Go, go, go! Mitte! Ey Jan, weißt du, was bei 800 Elo ist? Lines! Wenn ich mich ran halte... Ich glaub einer ist Cross Zane, pass auf! Na gut, wer soll ich das in den Auge schmeißen? Der kann auch auf Level 1, ne? Für, äh, B hat noch einer? Ich will dich finden... ... und ich will dich töten! Okay! Ich hab'n Kit, das ist doch easy! Oh, oh! Ich brauch Hilfe! Lomm it down! Okay, let's go! Krass! Aske, man! Hast du... Gut, warte mal! Aske, man! Sorry, I just came! Hahahaha! 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 Wir treffen uns dann, ähm... bei mir im Vorsaal. Weißt du, so ein kleiner Gang? So, keine Ahnung, 2 Grad... 2 Gradratmeter oder sowas, so ein kleiner Schuhschrank steht da in der Garderobe. Wir können... Wir befinden uns jetzt hier in meinem Vorsaal... Oh, die Katze! Wir befinden uns hier in meinem Vorsaal. Hahahaha! So ungefähr wie bei Krockel. Ist der oben? Oh shit! Nein, 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 nein! Ah, nimm doch, nimm doch! Oh Gott! Äh! 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 Diese Sau! Der zieht durch einfach! Hä? Äh! Jetzt ist es genug! You're gonna die like a piece of pad! Du hast gesagt, ich soll versuchen dich zu erfahren. Ich hab nur drauf gewartet. Stop it! Get some help! Throwing smoke! Nice! Oh, der mich... Das ist doch der absolute Off-Engel hier, oder? Das rafft keiner! Wenn der mich jetzt hier up-aimt, flip ich aus. Ich bin mein Secret. Wehe, der springt! Wo kam denn das Reife her? Zum Glück hab ich die Narben an, alter! Der raffle! M'lady! Guten Tag, hallo! Ah, das sind alle drei Side-Safe? Ja. Ja. Ja gut, da komm ich. Hey, Lüge! Lüge, ne Sau! Oh! 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 Crisp, clean-locked-Boys! Doesn't get more horseshit than that! Im Lab auch muss ich nicht so ne Sorgen machen, da oben links. Und das Ziel, du? Ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt! Fuck! Fuck! Hehehehehehehehehehehehehehe Macht Sanzer den jetzt weg? Oder? WHAT?! WHAT THE FUCK?! Oh no! Komm aus, Jungs. Lower! No, 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 no! Ist weg! Oh, ich bin okay. Ich hab auch noch ne Wurst. Ich habe so eine richtig krasse fancy Wurst, die außen so einen weißen, edlen Schimmelpilz drauf hat. Oder nur Schimmelpilz, Herr Weiß. Gretl, ich habe mich auf den Oberkörper geschissen. Das ist doch Stein! Mach mal. Ich mach's schon. Das ist so dumm aus. Boah. Warte mal. Nein, das kleine geht nicht. Hast du was für den Hirn-Jakuser? Ja, komm von mir. Das ist bescheuert. Geh mir mal mit der 1 wieder. Sammy, soll ich dich vor mein Gesicht halten? Ich glaube, Sayikusa ist auch so ein Catgirl-Verfechter. Er ist ein Catgirl. Achso, Sayikusa. Mach mal kurz ein Miau. Miau. Er macht Pipi in den Sandkasten. Nee, wenn, dann Kaka. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann für Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Partner, Mutter, auf die Instagram-Messe. What? Vielen Dank.